Andreas von Bülow ist ein ehemaliger deutscher Politiker und Autor mehrerer politischer Sachbücher. Er war von 1980 bis 1982 Bundesminister für Forschung und Technologie. Aufgrund seiner Publikationen insbesondere zu den Terroranschlägen am 11. September 2001 wird ihm vorgeworfen, Verschwörungstheorien zu verbreiten. Familie Andreas von Bülow entstammt dem mecklenburgischen Uradelsgeschlechterer von Bülow. Sein Vater Georg Ulrich von Bülow kam 1911 auf dem Bülow-Schenfamiliengut Rouges im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte als Sohn des Otto von Bülow und dessen Ehefrau Auguste, Gepp, von Plessen zur Welt und wurde Professor für Violoncello an der Musikhochschule Heidelberg. Seine 1901 geborene Mutter Susanne, Gepp, heim, war die Tochter des Musikdirektors Professor Hans Heim. Andreas von Bülow ist verheiratet, hat vier Kinder und einen jüngeren Bruder. Leben und Beruf Nach dem Abitur 1956 am Kurfürstfriedrich-Gymnasium Heidelberg absolvierte Bülow ein Studium der Rechtswissenschaft in Heidelberg und München, welches er 1960 mit dem ersten Staatsexamen abschloss. Einen Studienaufenthalt verbrachte er in den USA. Im Jahre 1964 beendete er seine juristische Ausbildung mit dem zweiten juristischen Staatsexamen. 1966 trat er in den höheren Verwaltungsdienst des Landes Baden-Württemberg ein und war hier in den Landratsämtern Heidelberg und Balingen sowie beim Regierungspräsidenten von Südwürttemberg-Hohensollern tätig. 1969 erfolgte seine Promotion zum Doktor der Rechte an der Universität Heidelberg mit der Arbeit die Überwachung der Erdgasindustrie durch die Federal Power Commission als Beispiel der Funktionen der unabhängigen Wirtschaftsüberwachungskommissionen der amerikanischen Bundesverwaltung. Politische Karriere Seit 1960 ist Bülow Mitglied der SPD. Von 1968 bis 1975 war er Vorsitzender des SPD-Kreisverbandes Balingen. Von 1969 bis 1994 war Bülow Mitglied des Deutschen Bundestages. Zeitweise war er Mitglied der Parlamentarischen Kontrollkommission der Nachrichtendienste. Von 1976 bis 1980 war Bülow Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister der Verteidigung. Nach der Bundestagswahl 1980 wurde er dann am 6. November 1980 als Bundesminister für Forschung und Technologie in die von Bundeskanzler Helmut Schmidt geführte Bundesregierung berufen. Am 1. Oktober 1982 schied er nach der Wahl von Helmut Gohl zum Bundeskanzler aus der Bundesregierung aus. Von Bülow nahm im April 1978 an der Bilderberg-Konferenz in Princeton teil. Publizistische Tätigkeit Seit seinem Ausscheiden aus dem Bundestag 1994 arbeitet Bülow als Publizist mit dem Schwerpunkt Geheimdienste. Erfahrungen hierzu konnte er als Mitglied der Parlamentarischen Kontrollkommission der Nachrichtendienste und 1992-1993 still als SPD-Obmann im Schalk-Golotkowski-Untersuchungsausschuss sammeln. Nach eigener Aussage machte ihn dabei stutzig, dass in dem Untersuchungsausschuss zwar illegale Aktivitäten östlicher Nachrichtendienste diskutiert wurden, aber bei dem Verdacht illegaler Aktionen westlicher Dienste eine Mauer des Schweigens bestanden hätte. Dies regte ihn zu Recherchen zu verdeckten Operationen westlicher Dienste an, die er in seinem ersten Buch im Namen des Staates veröffentlichte. Er stieß dabei nach eigener Aussage auf ein erschreckendes Gemälde der systematischen operativen Verschränkung geheimdienstlicher, also staatlicher, Operationen mit der organisierten Kriminalität, dem Drogenhandel und dem Terrorismus. In seinem ersten Buch im Namen des Staates schreibt Bülow über den Einsatz krimineller Methoden im Rahmen sogenannter schwarzer Operationen der Geheimdienste BND, Mossad und CIA. Vor allem zu letzterem stellte er zahlreiche Thesen auf, die vielfach im Zusammenhang mit bekannten Ereignissen wie dem mysteriösen Tod Uwe Barschels oder dem Attentat auf Johannes Paul II. Stehen. Im Falle Barschel beschreibt er beispielsweise detailliert dessen angebliche Ermordung durch Geheimdienste. Zur Geiselnahme von Teheran behauptet er, das Team um den späteren Präsidenten Ronald Reagan habe zur Verzögerung der Freilassung der Geiseln beigetragen, um Reagan zum Sieg bei der Präsidentenwahl gegen den amtierenden Präsidenten Jimmy Carter zu verhelfen. Das Buch erhielt bei seinem Erscheinen gute Kritiken, war recht erfolgreich und erreichte als Taschenbuch zwölf Auflagen. Der Spiegel nannte es im Jahr 1999 eine eingehend dokumentierte, bissige Kritik an den Machenschaften der CIA und anderer Westdienste. In einem Artikel von 2003 zu Bülows Buch über den 11. September 2001 fiel das Urteil des Spiegels über dessen erstes Buch dann deutlich kritischer aus. Es behandle angebliche dunkle Geschäfte der Dienste mit Rauschgiftbaronen und Terroristen. Sei Schmückerstoff auf James-Bond-Niveau und bereits ebenso abstrus wie seine Publikationen zum 11. September. In der Rezension der FAZ werden gut begründete Inhalte von zu weit reichenden Vermutungen unterschieden, die in verschwörungstheoretische Vorstellungen von der Steuerung ganzer Staaten münden. Eine Ursache sieht der Rezensent in der begrenzten Literaturauswahl des Autors. Von denen der Nation und das Covered Action-Information-Bülteng besonders erwähnt werden. Die CIA und der 11. September. Internationaler Terror und die Rolle der Geheimdienste Das zweite Buch, die CIA und der 11. September. Internationaler Terror und die Rolle der Geheimdienste aus dem Jahr 2003, das mittlerweile in der 7. Auflage erschien, behandelt die Terroranschläge am 11. September 2001. Es beschäftigt sich damit, welche Rolle amerikanische Regierungsbehörden, insbesondere die CIA, bei deren Zustandekommen und der späteren Aufklärung gespielt haben könnten. Bülow stellt hierzu zahlreiche Fragen und führt Indizien an, die nach seiner Auffassung die offizielle Darstellung der Anschläge in Zweifel ziehen. Insbesondere die Tatsache, dass nach dem 11. September kein reguläres Verfahren eingeleitet wurde, wie dies sonst bei jedem Verbrechen üblich ist, sondern unmittelbar danach die Schuldigen präsentiert wurden, ist für ihn ein Indiz, dass Fakten über die Hintergründe der Anschläge zurückgehalten oder verfälscht wurden. Er stellt die These auf, die Anschläge seien in Wirklichkeit von der amerikanischen Regierung geplant und von den US-amerikanischen Geheimdiensten CIA und dem israelischen Mossad ausgeführt worden. Die Flugzeuge seien ferngesteuert gewesen und das World Trade Center von innen heraus gesprengt worden. Die Attentäter hätten gar nicht auf den Passagierlisten gestanden und würden zum Teil noch leben. Bülow gab zahlreiche Interviews zu seinem Buch, darunter dem Magazin konkret der MLPD-Wochenzeitung Rote Fahne, dem Tagesspiegel und dem ZDF. Das größte Echo rief ein Auftritt bei Sandra Maischberger am 9. September 2003 hervor. Maischberger kritisierte Bülow darin stark, dass er sich zu großen Teilen auf Zeitungsberichte und Internetquellen berufe. Ihr Hauptkritikpunkt war, dass er zwar behaupte, die Attentäter lebten und seien schon interviewt worden, er aber nicht versucht habe, selbst mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Bülow erwiderte darauf, dass er hierzu nicht die Kapazitäten hätte. Bülow-Stesen wurden in der Öffentlichkeit verschiedentlich als Verschwörungstheorien, bezeichnet man warf Bülow vor, dass er sich vielfach auf unzuverlässige Quellenberufe und wenig selbst recherchiert habe. Bülow selber erklärte in einem Interview mit der Online-Zeitschrift Telepolis, er sehe sich einer Kampagne ausgesetzt. Auch die arabische Ausgabe des Buches sorgte für Kontroversen. So kritisierte Khalil Al-Haida in der kuwaitischen Zeitung Al-Wadhan am 21. Mai 2006 das Buch heftig. Einer der dortigen Kritikpunkte war allerdings die falsche Behauptung auf dem Klappentext der arabischen Ausgabe. Bülow sei Chef der Geheimdienste in der deutschen Regierung gewesen. Ehrungen 1983 Großes Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland Veröffentlichungen Das Bülow-Papier Strategie Vertrauen schaffender Sicherheitsstrukturen in Europa Wege zur Sicherheitspartnerschaft Eichborn, Frankfurt am Main 1985 ISBN 3-8218-1050-5 Die eingebildete Unterlegenheit Das Kräfteverhältnis West-Ost, wie es wirklich ist Mit einer Kontroverse zwischen Hans Rühle und Andreas von Bülow C. H. Beck, München 1985 ISBN 3-406-30774-4 Im Namen des Staates C. I. A. B. N. D. und die kriminellen Machenschaften der Geheimdienste PIPA, München U. A. 1998 ISBN 3-492-04050-0 Die CIA und der 11. September Internationaler Terror und die Rolle der Geheimdienste PIPA, München U. A. 2003 ISBN 3-492-04545-6 TVD Die Lügen um 9.11. Schild Verlag, Elbingen 2009 Und Kai Homilius Verlag, Werder 2009 ISBN 978-389706-2047 Die deutschen Katastrophen 1914 bis 1918 und 1933 bis 1945 im großen Spiel der Mächte Kopf Verlag, Aufl, 2014 ISBN 978-386-445169-0 Siehe auch Kabinett Schmidt 2 Kabinett Schmidt 3 Bad- cine